Hallo, hier ist der Mati von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 6.12.2023 und der DAX hat neue Rekordkurse. Führt zu ausgelassener Stimmung am Parkett. Die Zuversicht in die deutsche Wirtschaft ist auf absoluten Hochstand. Da wird sicher der eine schlucken, schmunzeln oder vielleicht sogar kotzen müssen, denn ich denke die Freude teilen nicht alle. Erfahrungsgemäß ist einer solch dynamischen Bewegung der Großteil der Leute eher short. Und dann kommen bei den meisten, je nachdem wie ausgeprägt die Bewegung ist, auch diese ganzen Anfängerfehler rein. Also so wirklich das, was man im ersten Trading, wo jeder einfach mal durch muss, im Minus nachkaufen, nachlegen, 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 Stop-Loss schieben, Stop-Loss rausnehmen. Das sind alles so typische, ich sag's auch ganz markant betont, Anfängerfehler. Ja, sowas darf man einmal machen, darf man vielleicht noch ein zweites Mal machen, beim dritten Mal darfst du nicht mehr die Ausprägung vom ersten und zweiten Mal machen und danach muss man es klar abstellen. Alles andere ist grob fahrlässig gegenüber sich selbst, seiner Familie oder seinem hart erarbeiteten Geld gegenüber. Denn, wer das jetzt vielleicht zum dritten, vierten oder fünften Mal mitmacht, bringt euch nichts. Wenn immer wieder die ganze Kohle weg ist, wozu macht ihr das dann? Dann versucht künftig das anders zu handhaben und nicht immer gegen den Trend. Gerade so im Minus nachkaufen und sowas. Ich weiß, man kommt oft mit sowas davon, ja, gerade wenn der Markt hier in so einer Phase sehr, 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 sehr stark zur Seite geht. Wir können, ich könnte euch jetzt Webinar-Ausschnitte zeigen, da haben wir hier, da haben wir hier drüber gesprochen. Ich glaube, da gab es sogar Morgenanalysen, in denen ich das hier unten so in dem Bereich gesagt habe, entweder fängt der Markt dann richtig unten raus zu beschleunigen und die Leute rauszuhauen, weil sie diese lange Range, ja, weil sie in der langen Range antrainiert wurden, das im Minus nachkaufen ja richtig gut funktioniert, ja, weil sie immer wieder davon kommen. Und ich hatte damals schon gesagt, entweder fängt der an, richtig runter zu treten oder hält den Channel und rennt dann einfach oben wie ein Beklopp da durch. Ein oder anderer aus dem Premium-Bereich wird sich auf jeden Fall daran erinnern. Und so sieht das dann aus. Und der Markt macht das immer wieder so. Das sind immer wieder die gleichen Abläufe und es ist immer wieder die gleiche Art und Weise, wie die Leute reagieren. Aber es sind Anfängerfehler, ja. Und, ähm, das darf einem einmal passieren, zweimal, dreimal, aber auf keinen Fall ein viertes, fünftes Mal. Da muss es Klick machen und dann muss man versuchen, anders an die Sache ranzugehen, weil das bringt einfach nichts. Na, wenn man immer wieder durch die gleichen Abläufe an der Börse immer wieder massiv Kohle verliert, wenn man einfach zu viel dann auf ein Pferd setzt und dann auch noch die Schieflagen ausbaut, das macht man einfach nicht. Und ihr wisst es auch. Insgeheim weiß, dass jeder, der das gemacht hat, dass das scheiße war. Das muss ich eigentlich gar nicht sagen. Ähm, aber man muss eben auch aktiv versuchen, das beim nächsten Mal besser zu machen halt. Na, es gibt halt viele, die, die, die geben dann irgendwas oder irgendwem oder irgendeine Formulierung, einem Politiker, einem Ereignis die Schuld daran, warum sie jetzt in dieser Misere stecken. Und dabei sind sie es aber doch selber, die die Knöpfe gedrückt haben. Ähm, vielleicht auch wieder mal die Knöpfe so gedrückt haben. Vielleicht haben sie das sogar schon einmal oder zweimal gemacht. Ja, und da muss man wirklich mit sich hart ins Gericht gehen und sagen, hey, ich muss jetzt mal an mir arbeiten, dass das künftig nicht mehr passiert. Und das kann ich nur jedem mitgeben, ähm, der hier, der jetzt die Welle durchreitet und das, das wird die Menge sein, ja, das ist einfach immer so. Sonst würde der gar nicht so schön durchschnurpsen. Das macht er nur, wenn er richtig schön K.O.s vor sich hat, die prall gefüllt sind mit dicken Volumina und er weiß, er kann die alle rausreißen noch. Ja, und von daher, äh, nehmt euch mit, nicht, nicht um jetzt gesagt, sagen zu können, hey, wir haben es die ganze Zeit gesagt, darum soll es gar nicht gehen, sondern macht es einfach beim nächsten Mal besser. Ich glaube hier, ähm, hilft den einen oder anderen auch wirklich nur noch Glück. Da kann man auch jetzt nicht mehr groß mit irgendwelchen Techniken versuchen, das zu retten. Da kann man wirklich nur noch hoffen, dass der K.O. er hält, je nachdem, wo er liegt oder nicht. Ja, ähm, ähm, was anderes bleibt dann da wahrscheinlich dann gar nicht mehr übrig. Ja, also ich fände es auch jetzt zum Beispiel Käse, wenn man hier irgendwo jetzt ein Short aufgebaut hat und man hat hier oben sein K.O. dann jetzt noch 30 Punkte vor der Angst zu schließen, äh, das, das, das steht auch aus Chance-Risikosicht dann gar nicht mehr im Verhältnis. Dann kann er auch noch den Rest wegrennen lassen, ähm, mit der Chance, dass es vielleicht doch noch wegdreht. Aber einfach beim nächsten Mal ein bisschen besser machen. Na, es gab genug Ereignisse oder Punkte, wie zum Beispiel so ein Abwärtstrendbruch an sowas, äh, erkennt man es immer gut. Ich erinnere mich auch gut ans Webinar hier, äh, im November, Anfang November, was wir gemacht hatten oder Ende Oktober sogar, wo wir auch gesagt haben, klebt euch alle ein, also im Premium-Dienst haben wir das gemacht, na, haben gesagt, klebt euch alle ein Zettel an den Bildschirm, wo bei halb von 15.200 wird nur noch Long-Only gehandelt, weil dann der Abwärtstrend bricht und der Markt halt auch wirklich, ähm, bis zu dem Gap und auch noch weiter durchziehen kann, wenn er dazu Bock hat. Ja, und dass man dann halt auch wirklich versucht, ausschließlich Long-Positionen zu suchen, damit es einem eben nicht so geht, dass man wie die ganzen, ich sag mal, Anfänger oder die Privaten, die halt die ganze Zeit gegen den Trend dann fummeln, ähm, hier dann Short drin steht. Nun ist es eine besonders ausgeprägte Bewegung, natürlich, ja, kommt nicht oft vor, aber wer jetzt sagt, okay, das war jetzt Ausnahme, äh, die mich jetzt weggeknallt hat, die wird in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren, vielleicht sogar in den nächsten zwei Jahren, vielleicht sogar im nächsten Jahr definitiv so auch nochmal wieder vorkommen, ja, das heißt, wer jetzt hier, äh, alles an die Wände geknallt hat und er handelt dann aber so weiter, nach einer, ja, kommt ja wahrscheinlich hier oben irgendwo wieder so eine Seitwärtsphase, die ewig zur Seite geht, ja, wo die Leute dann wieder denken, jetzt wollen sie alle der Trend handeln, jetzt haben sie es alle begriffen, jetzt haben sie es alle gelernt, dann kommt jetzt wieder zwei, drei Monate, äh, eine hässliche Rangephase, eine hässliche Seitwärtsphase, dann denken sich wieder alle, ah, das mit dem Sublose funktioniert ja überhaupt nicht, wer ja die ganze Zeit ausgeschoppt, das nervt ja übelst, jetzt mache ich wieder ohne und dann kommt wieder die Trendphase und das ist immer so der Wechsel, ja, dass man sieht und man riecht das ja förmlich schon kommen, ja, also das haben wir hier auch, wir haben hier unten oft genug gesprochen, dass er entweder hier unten richtig raus Randale macht oder halt voll nach oben dann nochmal durchbrucht, also, das ist immer, immer, immer wiederkehrend, ne, schreibt euch das einfach hinter die Löffel, wenn ihr da jetzt Probleme hattet, wenn ihr es gut gemacht habt, dann herzlichen Glückwunsch, aber prüft auch für euch, hättet ihr denn auch so agiert, wenn es gefallen wäre, ja, manche können einfach auch besser Long handeln wie Short, die denken jetzt, sie sind die Größenweise, dass sie gut gemacht haben, haben aber eigentlich eher mehr bloß Glück, weil es die ganze Zeit aufwärts geht und sie halt gerne Long handeln, dass ihnen das leicht fällt, wäre die Abwärtsbewegung aber nach unten gekommen, hätten es wahrscheinlich genau die gleichen Fehler gemacht, wie die, die jetzt hier Short drin stehen halt, ne, und da, da ein bisschen ehrlich mit sich selber sein und gut ins Gericht gehen und fertig. Was haben wir jetzt hier technisch noch vor uns, also, ähm, wir sind ja jetzt am Allzeit hoch, das heißt, für einen Doppeltop, müsst ihr jetzt halt am Donnerstag, ne, was haben wir, warte, dann bin ich raus, Mittwoch, müsst ihr jetzt am Mittwoch halt wirklich nach unten strahlen, idealerweise auch einen Tagesstoß unter die 4.30 kriegen, ähm, dann könnte man anfangen von einem Doppeltop zu reden, so an sich ist es jetzt noch keins, ja, müsst ihr tatsächlich auch erst von dem Niveau jetzt weg reagieren. Pufferheader dafür noch bis in unsere 5.95, 6.10 rein, die hat man ja hier mal hochprojiziert und, ähm, ich handhab es auch weiter so, dass ich auch wirklich erst shorten würde, wenn dann halt auch wirklich Umkehrsignale kommen und die sind noch nicht da, auch das ist jetzt kein Umkehrsignal, das ist im Grunde genommen eigentlich ein Zeichen, ähm, hier jetzt auch am Mittwoch weiter Log-Taste zu drücken halt, ne, so lange wie ihr oben rausdrückt, ähm, bis 6.10, 5.95, da würde ich wie gesagt ein bisschen genauer hingucken, wenn ihr da dran bleibt, ähm, drüber, ja, würde ich sagen, ein bisschen auch schwieriger mit der Ziele halt, ne, also ich denke so der Bereich um 7.50, 7.30, der dürfte interessant werden oder 7.30 bis 7.60 wahrscheinlich, na, dann die 17.000 ist ganz interessant, na, ich denke, das wird so die zwei Zonen und dann hier oben 17.200 als größeres Bewegungsziel, was wir auch in der Jahresausblicksanalyse mit drin hatten, beziehungsweise waren wir da glaube ich sogar bei 17.800 für dieses Jahr, wenn ich mich recht, oh, das ist schon so lange her, das kriege ich nicht mehr zusammen, aber ich glaube waren recht positiv in der Erwartungshaltung, das sah irgendwie, hatten so einen Impuls nach oben gezeichnet, wenn ich mich ganz dunkel dran erinnere, der sogar fast bis 17.800 hoch gezeigt hat, das glaube ich nicht, dass das noch kommt, na, ich gehe eher davon aus, dass er in dem Bereich jetzt hier irgendwo sein Siedepunkt findet, irgendwo die ganzen K.O.s jetzt nascht und, ähm, wahrscheinlich dann seitwärts geht, da der nicht viel zurückkommt, das kann ich mir noch nicht so vorstellen, da sind so viele Schaf drauf, erfahrungsgemäß kommen dann erstmal zwei, drei Wochen seitwärts und dann mal gucken, was er anbietet. Äh, unten raus haben wir jetzt Support im Bereich um 4.50 schon, 4.50, 4.30, ne, die kann schon nach oben reagieren, wenn er von oben drauf auf, äh, von oben drauf aufsetzt und alles unter 400 wäre dann als Umkehrsignal im Sinne des Doppeltops mit erhöhter Aufmerksamkeit zu, äh, versehen, das heißt also ich würde auf jeden Fall unter 16.400 auch Short-Freigaben erteilen, ähm, aber ich möchte erst die rote Tageskarte sehen, das heißt ich würde sie jetzt noch nicht zum Mittwoch shorten, aber dann ab Donnerstag, Freitag, wenn er denn hier tatsächlich eine rote Tageskarte stellt, wenn er sie denn stellt, stelle die nicht, presse hier eine grüne rein, kann er weiter steigen, spricht überhaupt nichts dagegen und er kann sogar beschleunigen dann, ja, also weil an so einem Punkt hier setzt ja ein Short-Squeeze tatsächlich erst ein, ne, weil jetzt hier ein K.O. nach dem anderen zündet und durch eine verkaufte Position muss ja eine G-Kauf werden, also um einen, einen Verkauf aufzulösen, muss sich ein, ein Kauf an der Börse im Hintergrund realisiert werden und dadurch, klack, kann, kann ein geplatzter Short, ähm, quasi den Markt weiter nach oben drücken, wieder in einen nächsten geplatzten Short rein, der wieder den Markt weiter nach oben drückt, wieder in einen nächsten Stop Loss von einem Short rein, der dadurch wieder im Hintergrund einen Kauf auflöst und noch weiter und so, das ist ja ein Short-Squeeze, ja, so entsteht das und sowas kann natürlich an so einer Stelle jetzt hier auch gut sein, also das wäre durchaus denkbar, dass da auch ein bisschen längere Kerzen noch kommen kann, erfahrungsgemäß wäre das eher zum Donnerstag der Fall, aber habt das auch ein bisschen auf dem Radar, dass der hier, dass der hier luftig wird jetzt, ne, weil er hat ja keine Widerstände mehr. Ja, Oberseite, klar, Unterseite haben wir besprochen, ich denke, zwei Stunden Schalter hilft uns hier gar nicht, ist auch so, brauchen wir eigentlich gar nicht drauf gucken, von oben, von oben, von ganz oben die hohen Ziele rausholen, wir haben zumindest die 67 mal noch drin, die 600, also 595, 610, das ist nochmal ganz interessant und wie gesagt, Support hier im Bereich um 4,50 bis 4,30 und, ja, das ist es. Lass mal so stehen, bleib vernünftig und wenn ihr unvernünftig wart, ist ja manchmal einfach so, manchmal ist das Kind halt auch einfach schon im Brunnen gefallen, kannst du eh nichts mehr machen, nehmt euch aber bitte einfach vor, es beim nächsten Mal besser zu machen, es nützt nichts, wenn ihr euer Geld verschwendet. Jetzt, ich meine, es gibt immer Leute, die profitieren davon, ne, es muss immer einer verlieren, damit der andere gewinnt, aber man kann sie auch mal drehen, hm, Freunde. Gut, ich mache jetzt hier aus, wünsche euch Spaß, bis morgen, tschüss.